Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an einem Beispiel an, wie du unerwartete Datenbankänderungen mit dem Befehl Schema Binding vorbeugen kannst. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Wenn wir in einem kleinen Entwicklerteam arbeiten und niemand sonst Zugriff auf unsere Datenbank hat, ist der Befehl Schema Binding nicht notwendig, denn jeder weiß, welche Änderungen vorgenommen werden und welche Auswirkungen sie haben können. Sollte das nicht der Fall sein, kann es jedoch vorkommen, dass eine Änderung an einer Tabelle die Funktionsweise einer SQL View oder Funktion beschädigt. Wenn diese Änderungen nicht ordnungsgemäß kontrolliert und getestet werden, können diese erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb des Data Warehousing haben. Um das vorzubeugen, gibt es eine Möglichkeit, eine solche Katastrophe zu verhindern, und zwar durch die Verwendung von dem SQL-Befehl with Schema Binding, welches wir gleich an einem Beispiel uns näher ansehen. Es ist natürlich nicht die ultimative Waffe gegen unerwartete Datenbankänderungen, aber es ist sicherlich eine praktikable Option und man sollte damit vertraut sein. Sehen wir uns das nun an einem Beispiel näher an. Ich befinde mich nun mit dem SQL Server Management Studio auf dem SQL Server, welche mehrere Datenbanken beinhaltet, und zwar die AdventureWorks Datenbank. Diese beinhaltet etliche Tabellen und Views, und ich möchte dieses Beispiel anhand der Human Resources Employee SQL View zeigen. Und zwar nach Ausführung dieser View erhalte ich die entsprechenden Daten, und diese SQL View ist folgendermaßen definiert. Diese SQL View basiert auf mehreren Tabellen, und zwar beispielsweise der Human Resources Employee oder auch der Person, Person Tabelle und Adresse und viele weitere. Angenommen, ich führe nun eine Anpassung oder ein Kollege führt eine Anpassung an der Human Resources Tabelle durch, und es passiert ihm versehentlich, dass diese Tabelle noch einen zusätzlichen Buchstaben erhält, und diese wird gespeichert, und aus seiner Sicht auch führt das zu keinem Fehler. Er kann nach wie vor diese Tabelle ausführen. Wenn ich nun aber keine Kenntnis daran habe, dass diese Tabelle in einer SQL View verwendet wird, wie zum Beispiel eben dieser Employee SQL View, erhalte ich nun eine Fehlermeldung. Und das ist die klassische Situation, dass eine Änderung an einer Tabelle zu einem Fehler in einer anderen SQL View oder auch Funktion führen kann. Was auch menschlich ist, da man nicht im Überblick aller Abhängigkeiten sein kann. Aus diesem Grund bietet nun der SQL Server, beziehungsweise die Sprache SQL, die Funktion an with Schema Winding. Und zwar, ich führe diese Änderung wieder zurück und mache die Tabellenanpassung auf Employee. Somit kann diese SQL View wiederum ausgeführt werden und ich führe dieses Beispiel oder diesen Sachverhalt nochmal durch, indem ich die Datenbank am SQL View ändere und zwar durch das Zugeben von dem Befehl with Schema Binding und speichere die SQL View somit ab mit diesen Zusatzinformationen. Nachdem ich das durchgeführt habe, kann ich die SQL View wie gewohnt ausführen, erhalte dasselbe Ergebnis. Wenn ich nun aber an der Tabelle Human Resources Employee wiederum einen Buchstaben ändere oder den Namen dieser Tabelle ändere, erhalte ich nun die Fehlermeldung, dass ich das nicht durchführen kann, weil diese Tabelle in einem anderen Datenbankobjekt, einer SQL View, verwendet wird. Und somit kann nun sichergestellt werden, dass keine unvorhergesehenen Änderungen an Tabellen durchgeführt werden, welche zu Fehler in einer SQL View oder einer Funktion führen kann. Es sei soviel dazu gesagt, dass das Schema Binding kein häufig verwendetes Werkzeug ist. Jedoch durch das Einfügen des zusätzlichen Befehls Schema Binding schützen wir die SQL Views oder Funktionen vor unerwarteten Änderungen an den darunterliegenden Tabellen. Letztendlich ist das Schema Binding also kein weltveränderter Befehl, aber eine, den man kennen sollte. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Und bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!